Sieht langsam düster aus für den armen Roy. Tritt ihn weiter kräftig in die Eier. Naja. Okay. Das war das mit dem Stieler, da finde ich die Medizinvorräte. Zuerst stelle ich diesen Wagen oder bring ihn zu Vater James, damit er die Lagen für wohltätige Zwecke einsetzt. Ich glaube, ich weiß, was ich mache. Weil die Ladung wird, wenn ich sie übergebe, wird sie mehr bewirken, als wenn ich sie vernichte. Das ist ja logisch, was ich mache. Oh, verdammt. Das könnte noch interessant werden. Wachposten, Wachposten, da sind Leute, da explodiert was, Waffenschrank, Scharfschützen, Position. Oh, wenn ich Glück habe, oh ja, kommt er direkt zu mir. Und ich kann ihn hier rausziehen, ohne dass irgendwas passiert. Genau so sieht's aus. Schon mal weg vom Eingang schaffen. Nicht, dass den da irgendwer sieht, der mal kurz rausguckt. Gut, vielleicht... Durch die Wand durch. Oh. Das war echt strange. Oh shit, und die haben mich auch gesehen. Ach, die gehen hoch. Das ist tatsächlich interessant, dass die da hochmarschieren und einer geht tatsächlich dann runter. Oh, oh. Kommt schon der Nächste. Ach nee, er kommt nur wieder runter. Gottverdammt, wir müssen dieses Arschloch... Muss die Biege gemacht haben. Tja, ja. Muss die Biege gemacht haben, Alter. Hier liegen so viele Waffen. Nein. Nein. Da hängt es. So. Das dauert wieder einen Moment. Aber er wird auch herkommen. Reagiert er nicht drauf. Alter, das ist echt witzig, dass das Pfeifen durch die Wand auch funktioniert. Da kommt er. Moment. Da. Eigentlich müsste ich das noch hinten auf irgendein LKW oder so reinschmeißen, die ganzen Jungs. Das wäre viel interessanter. Na gut. Na gut. Auf jeden Fall. Das ist schon mal ein guter Teil der Jungs gewesen. Es scheinen nur noch drei Leute da zu sein. Gut. Da kommt man nicht ran. Da kommt schon irgendwo. Irgendwo muss da noch ein Eingang sein, wo ich jemanden rauspfeifen kann. Das ist schon irgendwo hier. Hm. Möglicherweise. Alles klar. Ne. Wahrscheinlich tatsächlich nur hinten die Treppe, die hochführt. Aber die führt oben rein. Soweit. Ja. Genau. Ich muss noch in den Laden nicht besorgen. Okay. Das ist schon wieder gespeichert. Die Brücke ist nur gebaut worden, dass man hier drüben runtergehen kann. Das ist so lächerlich. Man müsste... Das ist einfach so... So lächerlich. Oh, das ist das andere. Das ist das andere Gewehr, was ich schon haben wollte. Was so teuer war. Ähm. Scheiße, verdammte. Das darf ich nicht ignorieren. Okay. So. Ich weiß doch, dass du nicht hierher gehörst. Er ist hier drüben, ihr Flassbiker. Verdammt. Was soll denn das jetzt? Wie kann der denn dann ja bitte schießen? Nein. Ich wollte es, hättest du das nur zu sagen, Frau. So. Einmal nachladen. Oh. Ganz da drüben. Ah, schade. Die Munition dafür ist bald aufgebraucht, auch wenn es mit den Ladestreifen ganz cool ist. Das ist... Hm. Echt doofe Sachen. Okay. Hier ist einiges, was ich zerlegen kann. Einiges, was ich... Was ist hier los? Ja, Scharfschützenposition. Ich habe noch ein bisschen was gefunden. Gut. Schrotflinte. Schrotflinte. Irgendwo hat... Irgendwie hat man einen Schuss überlebt. Das wundert mich ein bisschen. Ein Bild. Kohle. 750. Und... Da hängt es schon wieder. Okay. Hm. Hm. Gut, nicht gut. Gut, nicht gut. Gut, nicht gut. Gut, nicht gut.